Sponti 2 haben auch schon den einen oder anderen Tropfen hier probiert und gezeigt waren eigentlich immer gut also da ist ein Weingut das ist nicht immer das hat nicht jeder sofort immer auf dem Schirm aber ich finde persönlich die machen immer sehr gute Weine und vor allem sehr langlebig also das ist immer eine gute spannende Sache und Silvana kommt extrem gut durch von der Sortentypizität merkt man sofort Silvana hat so eine richtig schöne Mineralik auch schon in der Nase ist natürlich auch gelbfruchtig ich finde so ja schon Quitter ist dabei dann halt auch ja Aprikosen würde ich sagen ja auch so eine richtig schöne Muschelkalknase auch so eine schöne Salzigkeit Leute der ist gut der ist echt gut preisig sind wir so glaube ich bei so 12-13 Euro sowas also wirklich sehr human eigentlich für eine erste Lage hat es auch ein bisschen was Florales ich finde den super super schöne erste Lage richtig toll nicht überladen vom Alkohol glaube ich auch noch nicht so heftig 13,5 ja für 19 harmlos ganz toller Wein ganz ganz schöne erste Lage nicht zu füllig nicht zu heftig aber schön extraktreich eine angenehme Säure schöner extrakt wirklich ein Hauch Karamell macht Lust auf mehr jetzt kommen wir Punkteteil das ist für mich ein klassischer 42er richtig toll richtig tolle erste Lage kann man nicht meckern richtig schön 42 finde ich gut von dem her ich glaube wir müssen mal was beim Weingut Schäffer machen also ja müssen wir mal wieder vorbeischauen ich glaube da hat sich auch ein bisschen was getan in Sachen Silvana da tut sich eigentlich immer öfters was von dem her wird es mal wieder Zeit da vorbeizuschauen vielleicht ein Whatsapp zu machen wir haben ja schon an Tour gebracht von dem her ja wenn wir dürfen kommen wir gerne also von dem her ist jetzt der Ralf dran bis gleich Salü ein herzliches Grüß Gott aus der Bretagne das Wetter ist wieder schön geworden das heißt Sommeruniform heute Burgund aber wir sind im Chablis Chablis Weingut Alain Matthias wir probieren heute Chablis Premier Cru wenn schon denn schon Vodeway 2018 der Wein hat also 50% vom Wein also Charlemagne natürlich hat im Tonkrug ist er ausgebaut worden also 50% im Holz und schauen wir mal also auf dem Weg hierher bin ich ja über die Burgogne gekommen über Bohnen war eigentlich nur nervig totaler Rückreiseverkehr lauter Holländer Engländer Russen ich glaube auch ein paar Ukrainer und du hast überhaupt keinen Platz im Restaurant mehr bekommen gar nichts und da habe ich dann wirklich einen Abend lang gar nichts zu essen gekriegt und das war ziemlich stinkig ja darum dieses Jahr nichts von der Côte de Bon sondern wir sind haben jetzt mal Chablis wird eigentlich selten gebracht so in den Medien unbegründet das Weingut also 1980 der Alain Matthias hatte im Burgund zu tun hatte auch mit Winzern zu tun im Chablis und hat sich in die Landschaft total verliebt auch ins Winzerdasein und hat dann ein Weingut aufgebaut und das war im Jahr 1982 hat dann auch in einem alten Steinbruch einen Keller angelegt und war da eigentlich sehr erfolgreich beim Aufbau das Weingut also für den Quereinsteiger hat heute glaube ich 13 13 Hektar ja und es werden angebaut überwiegend Chardonnay und im Rotweinbereich Pinot Noir also nur zwei Rebsorten 2013 war dann der Übergang zum Bio-Weingut 2015 haben seine beiden Kinder Carol und Bastian übernommen vorher Ausbildung in Dijon zu Önologen das Weingut ist mittlerweile bio-dynamisch bewirtschaftet und es kommen eben auch so neue Ideen rein also zum Beispiel jetzt hier der Premier Cru der Vot de Veil den gibt es glaube ich erst seit Jahrgang 2018 und man verwendet eben mittlerweile viel Amphore Ton Beton das ist ein sehr moderner Ausbau Wein ist spontan vergoren klar bei Biodynamisch Schablis sind natürlich sehr kalkhaltige Böden ich muss sagen die erste Nase ist toll man merkt schon etwas den unterschiedlichen Einsatz also Amphore und Eiche ist ist aber nicht zu 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 stark also der Weinberg selbst ist 0,55 Hektar groß und so der erste Geruchseindruck ist sehr sehr mineralisch man hat zwar starke florale Noten dabei Mandelig ich finde auch ein bisschen Quitte das kalkige ist schon sehr stark ich bin sehr sehr terroir geprägt es wird mehr Chablis geben bei Werner Wienow garantiert sind einfach im Vergleich zur Cote de Bon also ich finde sie stärker mineralisch geprägt sie sind schlanker ja schlank kann man das nicht nennen der hat schon einen unheimlich tollen Extrakt der kommt immer mehr ist auch ein bisschen Mirabelle der ist nicht opulent der hat einfach was graziles aber doch kräftiges stark echt stark Trinkfluss Trinkfluss ich muss sagen meine persönlichen Erfahrungen mit Chablis sind nicht so groß die muss ich dringend mal ausweiten aber ich kann sagen der Wein schmeckt mir unheimlich gut unheimlich und dürfte so das gleiche Einsatzspektrum haben wie die Weißweine von der Cote de Bon und der ist sehr elegant sehr spritzig mineralisch schöne der Weinberg der liegt beim Dorf Ben und Handlese versteht sich von selbst wir haben dort über dem Kalkstein auch Jura Abboten und der war eigentlich über lange Zeit in pneumatischen Pressen man hat auch beim Transport in die Gärbehälter hat man mit Schwerkraft nur gearbeitet ohne Pumpen und ich glaube nach zwölf Tagen war der Abstieg der Grobhefe und danach die Reifung und auch sechs Monate also die Reifung die war eben in Amphore und in Holz und dann hat man den Wein noch vor der Abfüllung sechs Monate im Edelstahltank belassen also das ist dieses ich finde sehr sehr straight ja aber eben auch mit diesem diese Kombination Edelstahl Holz Ton Gefäß ist ist ein moderner Stil ja ich glaube der hat der hat echt Zukunft ja und finde ich schon klasse ist der war ein bisschen teurer hat ich glaube knappe 30 gekostet aber aber versucht mal einen guten Chassani Montrachet für 30 Euro zu bekommen im Premier Crew wird schwierig von der Bewertung von der Bewertung her ist er bei mir ziemlich weit oben also die 45 schafft er die wenn du dann überlegst 45 Werner Winopunkte für 29 50 das ist schon okay ja also da hole ich mir nur welchen wird eingelagert jetzt kommt ein ganz kleines bisschen so baby ananas noch dazu der entwickelt sich total total 45 5 gebe weiter zum studio in Würzburg hoffe du hast auch was schönes im Glasburg hat ich melde mich dann noch mal mit einer kuriosität bis später so der nächste Wein heute bei den Wein Spontis Weingut Rosi Schuster aus dem Burgenland das Weingut wird von Hannes Schuster geleitet der ja der ist eigentlich einer von den großen burgenländischen Winzern also das da habe ich auf der Vivinum schon den einen oder anderen Wein probiert und meine Herren also da waren schon granaten dabei das glaubt er gar nicht weil wie gesagt wird inzwischen von Hannes Schuster geleitet seine Mutter ist eben die Rosi Schuster es werden glaube ich zwölf Hektar dort bearbeitet oder gebaut bewirtschaftet und ja ist doch eines von den großen tollen Weingütern aus dem Burgenland wir haben hier eben den normalen Blau-Fränkisch eigentlich den gibt es so für 15 Euro müsst ihr schauen wo ihr den kriegt ich hatte so eine Adresse hier in Würzburg fand ich ganz gut es gibt übrigens auch sehr tollen Kaffee und sehr tolle Croissants so ein richtig toller Store muss man sagen machen ja keine Werbung aber es gibt trotzdem so Läden da fühlt man sich einfach wohl und das ist so ein Laden da gibt es irgendwie alles und nichts und das ist toll aber genug der Werbung hier wir kommen hier zum Wein Blau-Fränkisch Blau-Fränkisch das ist äh sehr würzige Aromatik Flatswetschke ist da das Zimtige ist auch dabei Zimt Naken der ist schön der ist schön das sage ich jetzt einfach mal schöne knackige Säure aber mega Extrakt wir reden jetzt hier von ich glaube das ist so von der Kategorie her da gibt es so die Kategorie aus den Dörfern das ist so Gutswein würde ich sagen dann gibt es hier eins drüber das ist so für 15 Euro bekommt er das da kriegt ihr einen richtig tollen Rotwein also Leute, Leute, Leute Blau-Fränkisch meine Herren und Damen ist wirklich ein richtig kräftiger Wein ohne überladen oder marmeladeig zu wirken wir haben hier richtig schöne Säure die auch unterstützt aber eben auch so ein Extrakt der dabei ist und das finde ich immer ganz toll und ja das bringt mich wieder dazu, dass ich wieder mehr Blau-Fränkisch trinken sollte das ist heute mein mein Wein des Abends so ein bisschen das ist schön, der gefällt mir richtig gut mein Rotwein des Abends schöne Fließgeschwindigkeit da wird es noch ein Gläschen mehr geben also punktemäßig da sind wir schon über den 40 wer für 15 Euro so ein Wein hinstellt der verdient auch ein paar Punkte also das ist wirklich ganz tolle Qualität das ist richtig gut wundert mich, dass der Ralf da eigentlich noch gar nicht so viel gebracht hat unser großer Blau-Fränkisch Sachverständige ein richtig toller Blau-Fränkisch macht extrem viel Spaß ist ein toller Speisen-Mitleiter macht auch so einfach Spaß also ja 41 Punkte macht Laune lieber Ralf du bist wieder dran das war es von meiner Seite heute mit den beiden Spontis und zum Blau-Fränkisch zum Abschluss das macht Laune das können einfach die Österreicher vor allem die Burgenländer eben das können sie und das kriegen sie jetzt richtig gut hin und Kompliment lieber Hannes Schuster gut echt gut also von dem her das war es von meiner Seite bleibt gesund wir sehen uns bei der nächsten Flasche Wein und nicht vergessen meine Vino auf YouTube abonnieren bis denn ciao ciao ja salut da bin ich wieder ich hatte euch ja ein bisschen was verrücktes versprochen und wir sind nach wie vor im Muscadet allerdings Rebsorte Pinocri der Winzer Michel de Lomo aus Monnier eigentlich sehr bekannt für den Muscadet also Rebsorte Melon de Bourgogne aber er hat auch Grauburgunder und da wir bei Werner Vino ja ein spezielles Verhältnis zu Grauburgunder haben musste ich den einfach kaufen jetzt über den Winzer gibt es im Internet relativ wenig ich glaube der hat eine Facebook Seite er ist jetzt praktisch die dritte Generation auf dem Weingut 1992 hat er das ganze übernommen und damals 12 Hektar heute sind es 25 Hektar und das Weingut ist Bio das nimmt in Frankreich eigentlich bei den Qualitätsweingütern immer mehr zu auch in Deutschland ich glaube letztes Jahr hat so ein bisschen Rückschritt gegeben durch die besonderen Bedingungen da haben sich einige überlegt machen wir wieder konventionell um spritzen zu können ähm ich glaube solche Jahre hast du halt mal drin aber auf lange Sicht wenn man die Weinberge an die nachfolgenden Generationen übergeben will im guten Zustand kommst du um Bio eigentlich zukünftig nicht mehr drum rum ja Steigung ist dann noch Bio Dynamie vielleicht ist eine Mischung das Perfekte ja aber ähm ja das Weingut hat wie gesagt heute 25 Hektar ist schon seit 12 Jahren Bio äh vom Boden her haben wir vor allem Gneis und Gabro Böden ähm liefern sehr mineralische Weine sehr trockene Weine jetzt schauen wir mal wie das bei dem Pinot Gris ist ich habe über den keine Beschreibung finden können im Internet äh ja schauen wir mal Farbe leichter rosa Schimmer also wir haben den Grauburgunder da ja boah sehr kompakte Nase um es mal so auszudrücken ähm wir haben die Nuss wir haben die Birne ganz ganz typisch Grauburgunder war nicht im Holz war ziemlich sicher entweder im Edelstahl oder man hat in dem äh Miskadé Gebiet eigentlich sehr viele Erdtanks die mit Kacheln äh versehen sind das ist eigentlich perfekt für die für die Weinlagerung Zubereitung du brauchst keine äh Computersteuerung bei der Kühlung die sind kühl ja das sind riesige Tanks ich nehme an der wurde auch so gemacht ja Geschmack ist schon typisch Grauburgunder wir haben die Birne Nuss hat aber irgendwie was parfümiertes er ist nicht ganz trocken was mich wundert Alkohol haben wir 12% ich könnte mir sehr gut vorstellen wenn ihr scharfe Gerichte habt so ein bisschen die thailändische Küche auch chinesische Küche da gibt es ja auch wieder riesige Unterschiede aber so die Richtung da passt er optimal ich kann mir auch gut zum Käse vorstellen jetzt nicht Ziegenkäse oder so schon gereifter Käse Rotschmeerkäse könnte ich mir sehr gut vorstellen da passt er also Kuhkäse auf jeden Fall hat irgendwas 10 11 Euro gekostet ist gut gemacht schöne Säure dabei verperlt sogar ein bisschen 38,5 also schöner Wein gut gekühlt machen wir 39 ja das wäre es schon von mir aus der Bretagne ja ich kann nur sagen bleibt gesund und verachtet mir den Grauburgunder nicht da gibt es da gibt es tolle Sachen das ist jetzt hier schon im gehobenen nicht im Top-Bereich aber schon im gehobenen Bereich und Grauburgunder meine Erfahrung wenn ihr so richtige Spitzen trinken wollt gibt es halt tolle Sachen aus Baden und der Pfalz ja aber wie gesagt schöner schöner Wein schöner Essensbegleiter bis zum nächsten Mal Santé bleibt gesund